Nummer 5. Dieser Haken ist aus hochwertigem Nylon hergestellt und hält einer Dauerbelastung von bis zu 70 kg Stand. Die Installation ist einfach, es kann ohne Änderungen an ihrem Roller leicht montiert werden. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Der Griff für Kinderelektroroller besteht aus verschleißfestem Edelstahl. Die Höhe lässt sich je nach Kind einstellen, ist bequem zu bedienen, leicht und einfach zu montieren. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Original Monorim Mastverlängerung nur kompatibel mit Xiaomi M365 und Xiaomi Pro. Mit diesem Zubehör können Sie den Lenker um 5 cm anheben. Sie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit Befestigungsschrauben geliefert. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Dieser Reifen ist als Ersatz für das Vorder- oder Hinterrad des Elektrorollers Xiaomi Mijia M365 oder der Pro-Version gedacht. Sein Pufferspeicher ermöglicht es Ihnen, seine Form je nach Druck- und Temperaturänderungen wiederherzustellen. Seine mit Grübchen versehenen Mikrosporen ermöglichen eine größere Flexibilität auf der Straße. Die Reifen sind aus Naturkautschuk hergestellt, um maximale Haftung und Beständigkeit zu gewährleisten. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Original Monorim-Fahrwerkssatz nur kompatibel mit Xiaomi M365 und Xiaomi Pro. Es hat ein Nettogewicht von etwa 2,15 kg und seine Abmessungen betragen 40 x 17 x 15,5 cm. Es wird aus hochwertigem Aluminium und Stahl hergestellt. Es wird mit zwei Federn geliefert, verwenden Sie die blaue Feder, wenn Sie mehr als 70 kg wiegen. In dem Paket finden Sie einen Aufhängungssatz, zwei Federn, einen Satz Montagewerkzeuge, eine Installationsanleitung. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.